Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Für mich geht es vier Tage jetzt nach Tschechien, und zwar in zwei verschiedene Regionen. Und was ich so alles erlebe, da könnt ihr gerne dabei sein. Bleibt einfach dran! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, kleines Fazit zu gestern. Absolute Empfehlung, Erzgebirge, also böhmisches Erzgebirge. Hat mir richtig gut gefallen, mit dem Bergwerk, das war super spannend, das ist Zinnabbau. Ein bisschen Wanderung, Aussichtsturm, leckeres Essen und sogar dann noch ein Lost Place. Da fühle ich mich ja gleich wohl. Ja, anschließend ging es dann halt wieder nach Karlsbad. Das seht ihr da hinten auch im Hintergrund. Ich bin auch in einem Hotel Thermal. Ein paar Bilder davon zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Ist ein großes, luxuriöses Hotel mit Kongresszentrum dran, eine große Bühne. Da war gestern auch eine Queen Show oder so, das habe ich ja gesehen. Ja, und halt hinten dran noch das Thermalbad mit Sauna, Außenpool. Und da habe ich dann gestern auch nochmal ein bisschen relaxed nach dem Tag. Das hätte ich mir dann auch verdient. Ja, heute gibt es nochmal eine Stadtführung Karlsbad. Also da hinten, das werden wir uns nochmal ein bisschen näher angucken. Und dann geht es in die nächste Region. Und wo das ist, bleibt einfach mal dran. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe es gestern schon gesehen, da war schon ein Klettersteig mit im Spiel. Dementsprechend habe ich gut Muskelkater und heute steht noch eine Stadtführung an mit so Dretrollern, finde ich einen sehr cool. Bietet übrigens beides hier der Active Point an, die auch die Unterkunft gestellt haben. Das war der Campingplatz, also mal ein ganzes komplettes Kontrastprogramm zu den anderen beiden Hotels. Aber auch sehr schön, also auch wenn ihr mit Camper, Wohnwagen oder Dachzelt da seid oder einfach nur so ein Bunkerloh haben wollt, so wie ich ihn jetzt hatte, sicherlich eine schöne Möglichkeit. Ja, also dementsprechend auch ein bisschen Stadtrundfahrt, Besichtigung, ein bisschen Wanderung noch und dann geht es ja schon wieder auf den Heimweg. Also sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich mal ein kleines Fazit zu vier Tagen in zwei Regionen von Tschechien hier aufnehme. und bis dahin genießt die Bilder. bis dahin genießt die Bilder. So, kommen wir nochmal zum Fazit zu vier Tagen in zwei Regionen in Tschechien. Ich kann es nur empfehlen. Es war abwechslungsreich von Geschichte, Kultur, ein bisschen Adventure, Klettersteig, Lost Place, sage ich da nur. Superschönen Städten, leckerem Essen, ja, es war irgendwie alles dabei. Also dementsprechend Tschechien, wie ich mir das schon vorher wieder mal gedacht habe, immer eine klare Empfehlung für abwechslungsreichen Urlaub. Und das waren jetzt nur vier Tage. Kann man natürlich auch ein bisschen länger machen. Übrigens tue ich alle Sachen, die ich gesehen habe, habe ich immer unten so Text eingeblendet, wo das ist und was das ist. Und wenn ihr da nähere Infos haben wollt, ganz unten in der Videobeschreibung ist ein Link zur Seite von dem Tourismusbund von der Tschechai. Da einfach den Begriff eingeben, den Ort und dann kriegt ihr viel, viel mehr Infos dazu. Das hätte ich alles nicht im Video erklären können. Dann wäre es ewig lang geworden und ihr werdet gelangweilt gewesen. Also dementsprechend, falls euch was interessiert, einfach da unten den Link anklicken und eingeben und schauen, was das so ist. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, da unten, da ist auch so ein Abo-Button. Da gerne mal draufklicken, weil da verpasst ihr kein Video mehr. Es werden in nächster Zeit auch wieder ein bisschen Schweden, Skandinavien Sachen kommen. Und übrigens zum Dachzelt gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten. Daher, falls ihr da nichts verpassen wollt, einfach unten klicken und auch gerne mal ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich euch da draußen viel Spaß bei euren Abenteuern und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.